Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier wieder auf meinem Kanal. Ja, das ist wieder mal ein Video am PC, wie man es schwer erkennen kann. Hier unten steht es auch Minecraft Snapshot. Ja, das ist nämlich der 18W16A, okay, ist der Name, Snapshot. Und ich habe mir gedacht, könnte man nicht im Snapshot ein Projekt machen. Ich meine, das wäre doch ganz witzig. Und da habe ich mir natürlich gedacht, da machen wir mal direkt eine Welt und machen daraus ein kleines Let's Play. Wir nennen das Ganze nämlich, da muss ich mir noch einen Namen überlegen. Wir nennen die Welt jetzt erstmal, ich nenne die mal Snap. Ich habe euch das richtig geschrieben. Keine Ahnung, okay, Überleben, Schützerlauben aus. Bauwerke generieren an. Welche Bestände, was kann ich noch? Schlacht lang, große Biome. Aha. Äh, wir nehmen mal große Biome, oder? Oh. Freie Anpassung. Hoi. Das Ende, Oberwelt, alles klar. Ist eine Ebene. Äh. Modifizierte Wanne? Savanne? Wanne. Hm. Machen wir mal große Biome. Okay, Bonustruhe machen wir mal an. Und neue Welt erstellen. Dann geht's auch direkt los mit dem neuen Let's Play, wovon ich noch keine Ahnung hab, wie das heißt. Stütteln. Spawn Arena. Wie gesagt, das ist hier im Snap-Shot. Deswegen kannst du aber vielleicht bei Twark kurz stürzen. Ach, da sind wir ja perfekt. Oder dass es ein bisschen ruckelt, könnte auch sein. Aber, jetzt läuft das. Ich müsste grad nämlich noch ein Dings erstellen, äh, äh, runterladen, noch mal so ein... Ich weiß grad nicht, wie das heißt. Da bin ich grad, glaub ich, gegen das Mikrofon gekommen. Das neue Wasser, das ist auch so, aber... Irgendwie viel an... ganz anders. Okay. Ähm... Da ist die Bonustruhe. Die hab ich ja auch angeschaltet, dann... So. Machen wir uns das alles erstmal. Boah, das ist voll viel gutes Zeug drin. Aber aus Schwarzeichelholz will ich jetzt mein Haus nicht bauen. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt ein Haus baue. Mal gucken, was wir in diesem Projekt machen. Ich weiß echt nicht, wie ich das nennen soll. Das ist jetzt einfach so dumm. Okay. Wow. Hä, ich wollte einmal... Ich glaub, die... Was kann man hier machen? Schnell? Was ist denn schnell? Ach so, dann kann man nicht durch die Bäume gucken. Aber das ist irgendwie... Gar nicht schön. Immer schön. So. Aber viel besser. Das sieht schon ganz gut aus. Hier haben wir dann das große Dings. Oh Gott, hier sind schon welche Wölfe. Oh, ich hasse Wölfe. Ja, hier ist bei mir nicht so blöd. Entschuldigung. Hunde mag ich, aber... Wölfe auch. In echtem Leben. Ey, die dürfen nicht die Schafe eingreifen. Nein. Nein. Alles gut. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Oh, scheiße, Alter. Okay. Das war richtig kacke, wenn wir jetzt schon drauf gehen. Okay. Alles klar. Na ja, da bist du zu dumm, was? Ja. Oder auch nicht. Oh, jetzt stehst du da, hm? Ja, was... Was willst du denn jetzt hin? Ah, der Computer überlegt sich was. Warte mal, jetzt ist automatisch... Wie springt das? Nervgradsteuerung. Zack. Jetzt willst du denn unterm Baum? Warte mal, was macht mir... Äh, zwei Angriffsschaden? Sieben Angriffsschaden? Ja, genau. Direkt kaputt gehauen. Okay, wir müssen die Schafe leider auch kaputt taunen. Bitte, Akko? Ne. Er hat die Schafe. Ne, jetzt... Jetzt gibt's Klappe. Junge, ich wollte die selber töten. Mann. Die ehrenlose Typen. Ja, jetzt bellt doch nicht so blöd. Okay, Leute. Ähm, wir suchen uns jetzt erst mal einen... Platz. Ja. Sorry. Ja, uns fehlt... Eine Wolle. Nice. Dann müssen wir wohl auch erst mal eine Wolle suchen. Weil sonst müssen wir ewig warten, bis es wieder Tag wird. Einmal, was hab ich hier eigentlich? Wir machen erst mal friedlich, weil... Erstmal und dann steigern wir uns langsam hoch, irgendwie in allen Projekten. Übrigens, gestern ist Minecraft Rorette gestartet. Wer das nicht gesehen hat, beziehungsweise die Folge nicht gesehen hat, der kann sich das gerne nochmal angucken. Beziehungsweise... Es war noch nicht mal eine Folge, es war einfach direkt im Livestream. Also, wenn er es verpasst hat und dann noch nicht gesehen hat, dann muss ich das unbedingt nochmal angucken. Das war mega cool. Ja. Ach Gott, hier kommt man auch irgendwie noch nicht... Ich würde mir irgendwie voll wünschen, dass man so durch die Blätter laufen könnte, weil es ist doch eigentlich irgendwie... Ich meine, im echten Leben, wenn ich jetzt nicht... Da draußen sehe ich jetzt einen Baum. Na klar, es sind Äste, aber hier gibt es noch nicht mal Äste. Ja, und dann diese Blätter, aber ich... Was denn? Wieso kann ich so schnell laufen? Was denn eigentlich... Ach, wie schwimmt man denn nochmal? Äh, aber... Wasser kann man, Sprinten, dann läuft man ganz schnell, Alter. Ohne Speedtrank. Wie, wie, wie schwimmt man denn nochmal? Ich habe es tatsächlich vergessen. Ja, oh Gott. Hä? Ach so, hier, ich glaube... So? Hä? Okay. Das ist jetzt eigentlich auch ganz egal. Ähm. Ja. Mal gucken, wo wir uns niederlassen. Oh, das ist was... Neu, was? Das sieht irgendwie richtig schön aus. Ist hier zufällig ein Schafterwein? Nein. Aber ganz viele Pferde. Wow. Und, ja. Ich glaube, ich finde das hier... Hier, das ist schön. Ja, hier bauen wir unser Haus. Habe ich jetzt gerade so entschlossen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Grafik ist anders, oder? Steinzeit. Oh, wir haben neue Crafting-Rezepte. Okay. Warte mal, das habe ich mir noch nie so wirklich angeguckt. Aha. Wir können jetzt einen Hebel machen. Okay. Erstmal nur wer... Oh! Wie einfach! Hä? Wie cool ist das denn? Weil ich spiele ja auch normalerweise auch häufig eigentlich immer nur an der View. Und da gibt es sowas nicht. Das ist ja nice. Dann überlege ich gerade noch, wie wir das Ganze bauen. Machen wir das mal so. Und wir sieht, zack. Ich habe hier erstmal nur sehr krank. Ach, die Bäume will ich gar nicht fällen. Das sieht so schön aus hier in die Gegend, vor allen Dingen auch. Ich brauche nämlich eine Tür. Moment mal. Reicht das? Für eine Tür? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Crafting-Rezepte nicht. Eichenhäustür. Ja, warte. Zack. Nice. Jetzt haben wir hier drei Türen. Wir brauchen aber nur zwei. Das heißt, wir machen uns nochmal eine Kiste. Äh, was gibt es so? Das weiß ich. Manche weiß ich denn doch. Truhe. Ja, dann halt Truhe. Wie auch immer. Dann buddeln wir uns hier nochmal ein bisschen durch. Wir können schon direkt... Ne, 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 ne. Spitzsacke machen. Holzspitzsacke. Ne, ne, ne. Stein. Ja, hier. Steinspitzsacke. Zack. Da geht das alles viel schneller. Aber ich will die Holzspitzsacke erstmal aufbrauchen, in Anführungszeichen. Damit wir hier ein schönes Haus machen können. Neun Minuten schon. Wir haben doch gar nicht viel geschafft. Ach, wir sind auch die ganze Zeit auch nur in der Welt rumgelaufen. Und hier schon mal eine Fackel. Zack. Und, was ist denn? Aha. Meine Figur hier, die mitguckt. Okay. Aber ich will jetzt eigentlich nochmal ein Schaf finden. Ach, das ist so cool. Das spielt einfach schon im Snapshot. Aber irgendwie sind hier gar keine Delfine und so. Das fühlt sich so an, als wären wir gar nicht im Snapshot. Aber die Grafik ist auch irgendwie anders, wie ich schon gesagt habe. Da ist ein schwarzes Schaf. Nachdem es das zwei gibt, dann können wir das auch holen. Aber bei meinem kann ich immer nur ein. Das hatte ich nämlich auch gestern immer gerettet. Ja, ein. Das ist einfach so klar. Und ich habe noch nicht mehr grau... Oh, war hier. Das rettende Schaf. Und hier ist ein Schaf. Entschuldigen, es tut mir so leid, ihr Schaf. Oh, da haben wir direkt eine Blume gepflückt. Ja, wir haben genug Wolle. Hier kommst du mit. Wie Kraft nimmt sich auch nicht nur Leine. Warte mal alles anzeigen. Leine? Hä? Wieso? Achso, ja, klar. Das ist alles. Okay. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich könnte, glaube ich, nur jetzt Craftware durchsuchen. Ach, die wollen... Man muss die Crafting-Rezepte auswendig lernen. Das ist viel mit 1 plus 1. Oder? Ich meine 1 plus 1 eigentlich. 1 plus 1 muss man auch auswendig lernen. Das sind nämlich 2,5. Nein, Spaß. Okay, wir können aber jetzt wieder nach Hause gehen. Denn wir haben ja genug. Da ist noch ein Tintenfisch. Drei Tintenfische? Ich finde das so witzig. Helder. Hier einfach ihre Tinte ver... keine Ahnung, versprühen. Wo war jetzt noch mal unser Haus? Achso. Oh Gott, ich vergesse es einfach. Ähm, ja. Und ich habe halt Lust, das Projekt so lange zu machen. Bis die 1.13-Version rauskommt. Aber wenn wir Lust haben, können wir das natürlich auch noch länger machen. Je nachdem. Ich muss die Folge auch jetzt schon beenden, weil wir jetzt eine Margarita hier schlanzen müssen. Nein. Weil wir schon 12 Minuten aufnehmen. Das heißt, das dauert dann zu ewig zum Hochladen. Und das muss heute, also am Sonntag, wollte ich das eigentlich noch hochladen. Deswegen danke ich euch für's zu... zu... sehen. Äh, ich werde hier gleich vielleicht noch ein bisschen weiterbauen. Aber erst mal das Ganze hochladen. Und dann bis zum nächsten Mal. Hoch rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschau.